Am 07.07. gibt es die Revanche gegen Russland Schagayev in Halle in Westfalen. Ich denke mal, da hat man sich vorgenommen, das gibt ein K.O. Ich begrüße sehr herzlich alle, die hier anwesend sind. Ich begrüße sehr gerne auch Russen und Deutsche. Es freut mich sehr, dass hier Russen und Deutsche bei diesem Fest zusammen sind. Und ich wünsche euch allen viel Glück und danke für alle, dass ihr heute alle so zahlreich erschienen seid. Und jetzt natürlich die Frage nach dem 07.07. Am 07.07. steht der Meisterkampf bevor. Und ihr wisst alle, es gibt noch eine Frage, die ich noch beantworten muss. Und ich werde gewinnen, ich bin mir ganz sicher. Und ich werde das machen.